Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Was für ein Qualifying Freitag in Brasilien. Sao Paulo mit seinen Wetterkapriolen mal wieder für eine Sensation gut. Kevin Magnussen hat es geschafft, er hat den Haas auf Pole gestellt. Wobei auf Pole gestellt, mit der Formulierung muss man ein bisschen aufpassen. Er hat sich die Pole statistisch gesichert, aber Vorsicht, wir haben ein Sprintwochenende. Das heißt, die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag, die wird durch das Sprintergebnis am Samstag, also heute bestimmt. Deswegen, er hat ihn nicht unbedingt auf Pole gestellt, aber er war schnellster in der Qualifikation. Absolute Sensation für Kevin Magnussen, natürlich das beste Ergebnis in einer Qualifikation in seiner Karriere. In seiner Debütsaison, im McLaren hat er es mal auf P4 geschafft, weiter nach vorne ging es nicht. Auch für Haas natürlich das beste Ergebnis, weiter als Startplatz 5 ging es nie nach vorne. Und ausgerechnet, am Geburtstag von Gene Haas darf also Kevin Magnussen als erster in diesen Sprint reingehen. Wie konnte es dazu kommen? Waren es nur die Wetterkapriolen oder war ein bisschen mehr dahinter? Tatsächlich sah der Haas das ganze Wochenende über, kann man schon fast sagen, aber das ganze Wochenende ist ja noch nicht besonders lang. FP1 und Qualifying, aber er sah die ganze Zeit richtig stark aus. Über Mick Schumacher sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber FP1 sah schon richtig gut aus von Haas. Und dann Q1, Q2, Q3, jedes Mal war Magnussen mit dabei. Mit dabei heißt aber nicht, dass er aus eigener Kraft mit um die Pole hätte kämpfen können. Nein, keineswegs. Da kam dann das Wetter rein. Vor der Qualifikation hat es begonnen zu regnen in Interlagos, muss man sagen. Nicht Sao Paulo unbedingt, die Stadt ist ja riesig. Aber dort, wo die Strecke ist, gab es eben ein bisschen Regenschauer. Und das hat dafür gesorgt, dass zu Beginn der Qualifikation in Q1 noch auf Intermediates rausgegangen wurde. Dann ist die Strecke abgetrocknet, reif für Slicks. Dann im Q3, als es richtig um die Wurst ging, sah es so aus, als würde das Wetter wieder schlechter werden. Und tatsächlich wurde das Wetter schlechter, aber Haas hatte sich einen Trick ausgedacht. Das hat man die ganze Qualifikation über schon gesehen. Haas ist sehr, sehr früh auf die Strecke gegangen, weil es immer die Gefahr war, dass sich die Bedingungen doch noch verschlechtern könnten. Und deswegen hat sich Kevin Magnussen ganz früh angestellt, war somit auf der Pole Position, als die Session dann freigegeben wurde und konnte als Erster auf die Strecke gehen. Somit hatte er einerseits die besten Bedingungen, weil es dann tatsächlich schlechter wurde, weil es ein bisschen zu Nieseln begonnen hat. Und andererseits konnte er seine Reifen in der Outlap warm fahren, wie er wollte. Er konnte die schnellste Outlap von allen fahren und somit hat er die Reifen dann in gutem Betriebsfenster. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er es natürlich sensationell umgesetzt hat. Keinen Fehler gemacht auf dieser Runde. Er ist Risiko gegangen in der Runde und war deswegen auch richtig schnell. Max Verstappen, der ist als Dritter auf Zeitenjagd gegangen, da waren die Bedingungen nicht so viel schlechter als bei Magnussen. Aber konnte die Reifen nicht perfekt warm fahren und Verstappen hat auch einen kleinen Fehler gemacht in Turn 8. Am Ende war er dann zwei Zehntelsekunden langsamer als Magnussen. Und insofern fair in square diese Pole Position geholt. Klar, man hat die Bedingungen ausgenutzt, aber es war jetzt kein reines Glücksprodukt. Sensationelle Leistung also an dieser Stelle von Kevin Magnussen. Max Verstappen nicht ganz geschafft. Ihm wurde aber auch noch ein bisschen geholfen, dem guten Kevin. Nämlich von George Russell, der hat für eine Rotphase gesorgt. Möglicherweise hätte er Verstappen noch einen zweiten Versuch hinten nachlegen können. Dann aber die Rotphase und dann wurden die Bedingungen deutlich schlechter. Und damit war klar, Magnussen startet zumindest im Sprint dann von der Pole Position. Haben die Bedingungen so viel geholfen? Lando Norris meint zumindest ja. Der saß heute im Auto, nachdem er am Medientag nicht am Start war. Lebensmittelvergiftung, trotzdem mal wieder sensationelle Leistung von ihm. Er startet von Position 4. Bei McLaren ist man an die Sache ein bisschen anders rangegangen. Alle Teams haben sich in der Boxengasse aufgereiht und haben gewartet, bis die Session freigegeben wurde. Außer McLaren. Da hat man, wie so oft, ein bisschen antizyklisch gehandelt. Und hat einfach gewartet, bis alle raus sind. Und dann erst hat man Lando Norris auf die Reise geschickt. Dadurch hatte er nicht mehr die besten Bedingungen, aber er hatte warme Reifen. Weil die Heizdecken logischerweise am längsten drauf waren bei ihm. Sind nicht so abgekühlt. Konnte auch eine schnelle Outlap fahren. Deswegen richtig gute Bedingungen am Ende auch für ihn. Wenn auch nicht vom Wetter her. Trotzdem für Position 4 gereicht. Er glaubt aber, wenn man als Erster auf die Strecke gegangen wäre, dann hätte es durchaus für Pole reichen können. Warum? Weil Lando Norris in allen Sessions zuvor schneller war als Kevin Magnussen. Also hätte, wäre, wenn, immer so eine schöne Sache, Magnussen richtig schnelle Runde gefahren. Richtig gute Runde. Der Haas auch echt richtig gut mit dabei bei der Musik an diesem Wochenende. Am Ende haben natürlich viele Umstände dazu geführt. Sensationelle Szenen, die sich dann beim Qualifying abgespielt haben. Es war ja dann schon absehbar, als die Uhr noch runtergetickt ist, dass niemand mehr an der Magnussen-Zeit vorbeikommen würde. Also wirklich tolle Szenen, riesengroße Freude bei Haas natürlich, bei Günther Steiner, bei Kevin Magnussen, bei allen, außer bei Mick Schumacher. Denn der ist Letzter geworden. Letzter und das, nachdem er im ersten freien Training noch sensationeller Achter wurde. Nur Mercedes, Red Bull, Ferrari und Sebastian Vettel waren schneller als Mick Schumacher im FP1. Richtig starke Vorstellung. Dann im Qualifying sah es weiterhin so aus, als würde es richtig gut für ihn laufen. Auf den Intermediate sogar in der Spitzengruppe mit vorne dabei gewesen. Als dann auf die Slicks gewechselt wurde, ging gar nichts mehr bei Mick Schumacher. Die ganz große Frage ist, woran lag es? Um 1,4 Sekunden hat er es nicht geschafft, in Q2 einzuziehen. Also richtig, richtig großer Rückstand. 2,4 Sekunden haben ihm sogar auf die Zeit von Kevin Magnussen im Q1 gefehlt. Also das ist eigentlich nicht zu erklären. Er selbst war danach richtig überrascht. Er hat gesagt, er hat keine Ahnung, es sah für ihn so ein bisschen aus, als wäre die Strecke feuchter, als sie dann tatsächlich war. Dachte aber, dass er einigermaßen safe dann ins Q2 kommen würde, aber war nicht. Und schon die erste Runde, die er hingelegt hat, er und Magnussen hatten beide zwei Versuche auf den Softreifen. Die erste Runde war schon richtig schlecht. 1,20 Sekunden, da ist er sogar zuvor auf den Intermediate 2 Sekunden schneller gefahren. Schon die erste Runde von Magnussen auf den Softreifen war schneller, als die zweite Runde von Mick Schumacher. Das sagt schon einiges darüber aus. Trotzdem wollen wir noch ein bisschen näher ins Detail gehen. Und dafür hat uns der liebe Kollege Raphael einen wunderschönen Graphen gebastelt. Den könnt ihr auf der Website, auf motorsportmagazin.com oder in der App, kostenlos für Android und iOS, den könnt ihr da interaktiv anschauen. Könnt da auch reinklicken in diesen Graphen und genau schauen, wo war Mick Schumacher, wie schnell. Und das Ganze im Vergleich zum Teamkollegen zu Kevin Magnussen. In beiden Fällen haben wir die zweite Runde von Q1 zugrunde gelegt. Und da kann man schon wunderbar sehen, ich zoome da jetzt hier bei mir ein bisschen rein und schaue auf den Bildschirm, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Im Senna S, beim Umlegen zum Beispiel, da war Mick Schumacher deutlich vorsichtiger unterwegs. Geschwindigkeiten von ungefähr 145 bei ihm. Kevin Magnussen war da schon 10 kmh schneller an der Stelle. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Dann bei der Zufahrt auf Turn 4, da war Mick Schumacher tatsächlich ein bisschen schneller, aber nur bei der Zufahrt in Turn 4 selbst, da ist der Abstand wieder gravierend. Schumacher geht runter am Scheitelpunkt auf ungefähr 145 kmh. Magnussen da wieder 10 kmh schneller. Also das ist schon eine ganze Menge. Dann haben wir die Highspeed-Passage, das Einlenken in Turn 6, Turn 7 vorbereiten für Turn 8. Und da geht Kevin Magnussen deutlich mehr Risiko als Mick Schumacher. Man sieht, Schumacher ist da einfach nicht so stark auf dem Gas, als man dann wieder beschleunigen kann für Turn 8 hinzu. Da geht Magnussen nochmal kurz aufs Gas und holt sich da auch wertvolle Zehntel. Dann haben wir Turn 8 selbst. Das ist die einzige Stelle tatsächlich auf der Strecke, wo Mick Schumacher ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen mal schneller war als Magnussen. Aber dann danach in Turn 9 schon wieder deutlich langsamer als der Däne gewesen. Zufahrt auf Kurve 10. Eine ganz interessante Stelle, da ist doch das Risiko relativ groß, dass da was passiert, auch wieder über 10 kmh gefällt. Turn 10 selbst, ging dann einigermaßen. Und dann kommt was ganz, ganz komisches, nämlich Turn 11. Diese lange Linkskurve, die eigentlich Vollgas ist. Und wir haben uns Mick Schumachs erste Runde angeschaut. Da ist er Vollgas durchgefahren, aber in der zweiten Runde aufs Licks ist er nicht mehr Vollgas durchgefahren. Stark vom Gas gegangen. Geschwindigkeitsunterschied dann bei der Zufahrt auf Turn 12. 245 kmh, Mick Schumacher, Kevin Magnussen 263 kmh oder 262 kmh. Also riesen Geschwindigkeitsunterschied an der Stelle. Vier Zehntel Sekunden hat Mick Schumacher alleine da auf das gesamte Feld verloren. Warum? Wir wissen es nicht so ganz genau und Mick Schumacher weiß es eben auch nicht genau. Er hat so ein bisschen den Verdacht, dass vielleicht die Outlap schuld war. Da musste er einmal von der Linie fahren, um Esteban Ocon und Sebastian Vettel vorbeizulassen. Die Reifen dann ein bisschen ins Nasse gekommen, Temperatur verloren. Aber ist das die ganze Erklärung für das? Er hatte ja nochmal eine schnelle Runde und nochmal eine schnelle Runde, wo die Reifen eigentlich wieder hätten kommen können. Ich glaube nicht, dass das die ganze Erklärung ist. Ich persönlich glaube, dass Mick Schumacher einfach ein bisschen zu vorsichtig war an der Stelle. In seiner Situation durfte er das Auto einfach nicht kaputt machen. Ihm durfte kein Fehler unterlaufen. Und dabei ist er, glaube ich, einfach ein bisschen zu vorsichtig an die Sache rangegangen. Wenn man sich das anschaut, das sieht einfach so aus, überall ein bisschen zu vorsichtig. Und dann kommt einfach dieser Riesenrückstand zustande. Ganz bitter für ihn, weil es ja noch um das Cockpit für die Saison 2023 geht, wenn man Günter Steiner glauben darf. Der ja gesagt hat, die Entscheidung fällt in der nächsten Woche. Es gibt aber noch keine Entscheidung. Also das möglicherweise ein ganz bitteres Qualifying für ihn, zumal er ja zuvor richtig stark unterwegs war. Günter Steiner hat Mick Schumacher aber danach in den Arm genommen und hat sich auch durchaus positiv über seine Leistung geäußert. Er meinte, er war eigentlich die ganze Zeit voll da, richtig gute Rundenzeiten gefahren, bis dann am Ende die Slicks aufgezogen wurden. Also der hat das durchaus realistisch gesehen und nicht nur das wirklich katastrophale Ergebnis am Ende, dass man auch nicht mehr schönreden kann an der Stelle, weil der Abstand auf Magnussen und auf den Rest einfach zu groß war, obwohl die Performance im Auto war. Immerhin hat er jetzt noch die Möglichkeit, im Sprint ein paar Positionen gut zu machen, aber weltbewegend wird es wohl nicht mehr werden. Vor allem im Vergleich zum Teamkollegen sieht das natürlich richtig schlecht aus. Richtig schlecht sah einmal mehr auch die Ferrari-Strategie aus. Carlos Heinz war klar, der kriegt fünf Strafplätze für das Rennen am Sonntag übrigens, noch nicht im Sprint, wird jetzt also für heute nicht drauf gerechnet, erst am Sonntag, je nachdem wo sich Carlos Heinz da platzieren wird. Neuer Motor wurde eingebaut, war auch so zu erwarten. Bei Charles Leclerc hingegen keine Strafe, da war die Strafe eher die Ferrari-Strategie. Denn im Q3 ging Leclerc als einziger Pilot mit den Intermediates gleich raus aus der Box. Und das war natürlich ein fataler Fehler, weil die Strecke noch gut genug war für Soft oder für Slicks und Ferrari hat das falsch eingeschätzt. Leclerc am Funk hat sich einigermaßen zurückgehalten, hat schon im Verstappen-Stil geflucht. Sehr ironisch, wonderful, nice, reingeschrien. Bei Ferrari sieht man selbst, okay, das war wirklich keine gute Entscheidung. Man hat gesplittet, Sainz ist auf Slicks, Leclerc auf Intermediates. Und man hat einen Fehler gemacht, das hat Laurent Mackey ganz klar zugegeben. Man hat gesagt, man hat eine Regel missachtet, die Regel lautet, man muss die Strecke so nehmen, wie sie ist und nicht so, wie sie sein könnte. Sein könnte, die Prognose war ja mehr Regen, der kam dann auch, aber er war eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht da. Und deswegen ganz klar die falsche Entscheidung. Sie war so falsch, dass sogar Red Bull damit ein bisschen in die Bredouille kam, zumindest Sergio Perez. Denn der lag hinter Charles Leclerc und konnte ihn nicht überholen auf der schnellen Runde und hat dadurch verloren und ist deswegen auch relativ weit hinten gelandet, nur auf Position 9. Leclerc auf Position 10, da ging also gar nichts. Leclerc hat nach der Qualifikation Ferrari mal wieder in Schutz genommen, wie er das so oft macht. Und warum, das erklärt er tatsächlich in der aktuellen Print-Ausgabe. Wir haben ja ein Interview mit ihm geführt, relativ ausführlich. Und da sind wir genau auf diese mangelnde Kritik am eigenen Team eingegangen. Und er erklärt, warum er so ist, wie er ist. So ist, wie er ist. Das ist auch George Russell, der äußert gerne seine Meinung. Und heute war es ein bisschen, naja, Position 3. Eigentlich wunderbar, vor allem im Vergleich zu Lewis Hamilton. Aber wie es dazu gekommen ist, ist natürlich auch kurios. Also zu einem hat er die Strecke einigermaßen gut ausnutzen können. Relativ spät auf die Strecke gegangen, auch die beiden Mercedes-Piloten. Hat dann die drittschnellste Rundenzeit gefahren. Aber im nächsten Versuch ist er dann schon im Kies gelandet. Und da hat er gleich zwei Fehler hintereinander gemacht. Das sah nicht unbedingt gut aus bei der Zufahrt auf Kurve 4. Das waren auch nicht unbedingt die Bedingungen. Da ist er einfach zu weit rausgekommen. Hat zu weit rechts angebremst. Ist auf die Linie gekommen. Ganz klein bisschen aus Gras. Hat die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Ist geradeaus ins Kiesbett. Ist da richtig durchgeackert. Das waren spektakuläre Bilder. Ich habe selten ein Auto so durchschütteln sehen im Kiesbett. So stark durchgeschüttelt, dass sogar sein Headrest kaputt gegangen ist. Also seine Kopfstütze im Auto, weil er so mit dem Kopf dagegen ist. Möglicherweise erklärt das dann auch den nächsten Fehler. Denn eigentlich war er schon gerettet. War dann auf dieser kleinen Serviceroad, auf dieser Notfallstraße, wo man wieder zurück auf die Strecke kann. Hat es dann übertrieben. Hat Gas gegeben. Wollte sich drehen. Und hat sich dann ins Kies gedreht. Und ist stecken geblieben. Also ein bisschen dumm hat es ausgesehen, muss man so sagen. Kann man nicht anders formulieren. Am Ende hat er sich selbst damit aber auch P3 gesichert, weil es war rot. So lange rot, dass die Bedingungen enorm viel schlechter wurden. Und somit kein anderer Pilot mehr an ihm vorbeigehen konnte. Also gute Strategie, wenn es denn geplant war. Ausgangssituation ist also durchaus spektakulär für diesen dritten Sprint in der Saison. Wo wird Kevin Magnussen landen? Ich glaube nicht, dass er ganz vorne landen wird. Denn normalerweise sind die Top-Autos schon deutlich schneller. Allen voran natürlich Max Verstappen. Aber das ist trotzdem gut für jede Menge Action schon im Sprint. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf dieses Wochenende in Brasilien.